Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield 4 und diesmal auf der Karte fehlerhafte Übertragung. Okay, ich geh' ja sogar gleich direkt los, äh, Pionier, Plot und los. Okay, ich weiß mal einen schönen Stand hinlegen, hol' ich mal direkt, äh, Delta, weil ich will den Heli haben. Ja, ich weiß, ich fahr' hier grad nicht den direktesten Weg, aber das ist mir jetzt auch Schnuppe. Okay, der Heli ist weg. Scheiße. Ja, bin noch zu spät gestartet. Meine Schuld. Ja. Zehntausend Leute und ich weiß nicht, ob ich weiß, wen ich nicht ballern soll. What? Medpack an der Wand kleben. Öh. Okay. Oh, Panzer hinter uns. Ey, was hab' ich denn hier für... Alter. Alter. Alter, Junge, Mann. Oh, ich nehm' die Appetit wieder rein. So. Der Heli nervt. Oh, fuck, Tänk. Moment. wie konnte er nicht nach ich auch schmutzig fängt er heute so viel an die schweiß Visierungen ich will nicht sterben ich will nicht sterben Alter ich hab doch aussteigen gedrückt weil ich weiß ich wechsel jetzt das Team oh ne wir sind ja auch noch in der Unterzahl ja nicht gut gehen laufen wir mal einfach so werden ja sowieso sterben ja was hab ich gesagt ja was hab ich eben gesagt Leute mhm die Euphorie von eben ist weg holen wir uns den Heli das Ding war hinten rum und holen muss so ausrichten so der Heli ist down gut so irgendwer Pionier, ich kämpfe den Medic gekaufen. Ich weiß, ich kämpfe hier gerade ein wenig, aber ich will ja überleben. Mann, ey. Okay. Und los. Ich habe wenigstens eingenommen, jetzt kommt Charlie dran. Ich fahre aus, warum das nicht schon wieder auf irgendwelche Minen drauf fahre. Na, das war jetzt... ...klau ausgespielt. Bin ich aber schlau ausgespielt. Fliegen Minen oder so? Ball haben wir auch einmal drauf. Ähm. Fliegen war doch gleich mal selbst ein paar Minen. Nee, er gibt die nicht. Hier. Hier. Zwei. Zwei. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Keine Ahnung, von wo. Da. Ich selber. Scheiße. Mit der M9. Ah. So lange, du machst keinen Spaß mehr. Ach, der Heli ballert auf mich. Aua. Der ballert auf mich. Ehrlich, da war ich gerade selbst schuld. Alter, meine KD 3 zu 7. Oh, scheiße. So. Jetzt vielleicht unser Team wären zur Ongarge geglichen. Ist doch klar. Äh. So. Okay. wenigstens mal ein Lieder der Befehl macht. Okay, bisher läuft's gut. Warte, kann man. Ja, okay, schade. Das haben sie wahrscheinlich extra weggepatcht. Okay. Okay. Packen wir mal hier ne paar Schlämpseln. Oh, fuck. Äh, schon wieder hat er meine Schlämpsel weggeballert. Wie ich es liebe. Diesmal holen wir uns den LRW. oder das LRW oder keine Ahnung was für ein Artikel da vorkommt. Da haben wir ausgeschaltet. Alter, wo bin ich da festgepackt? Äh, wo bin ich da festgepackt? Mann! Mann! Und jetzt hier ist alles voller Panzer... Alter! haben wir ihn wenn wir mit der Rutschmann Meistern gefahren und Feuer wie viel Power haben diese fucking äh, Splittergranaten der weiß anscheinend was auf einen ne der ist mir zu weit entfernt wenn ich jetzt erst mal auf dann soll ich auch den draufballern aber die RPG ist die ein bisschen zu weit ja warum kann ich nicht ausgestiegen, gut BAM endlich läuft einigermaßen gut Wollen wir uns doch mal Bravo ja ich weiß ich rede grad bisschen leiser aber ich versuche schon seit drei Stunden hier ne Folge aufzunehmen aber die Fuck Technik will einfach nicht hoffentlich funktioniert es diesmal hier hat nix gemacht ok ja Junge wie ich nicht treffe äh wo backt der grad fest Alter das war ja ein schöner Leck gerade Alpha wird eingenommen das können wir nicht zulassen plötzlich ist ne Ahnung da ist einer einsatz ach man ich spiel grad so scheiße kann ja nicht sein ich spiel wie ich nicht treffe ich spiel grad gar nix einsatz Ziel Charlie wurde neutralisiert Alter Junge 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 der Heli soll hier verschwinden der Heli soll hier verschwinden soll sonst hier noch von der RPG oder so abgeknallt der Heli soll hier noch von der RPG oder so der wusste es doch ich lauf lieber zu Fuß mir hier bisschen zu unsicher bevor der noch ok oh danke Leute oh grad hat mein Handy geklingelt ich weiß nicht ob man es gehört hat ich glaub nicht und wo fliegt der hin ok ist aber heute sozial ok und los gut ich steig hier aus AHHHHH MAN ich spiel heute so scheiße mein KD ist auch mal wieder im Arsch bestimmt werde ich jetzt gleich vom Gun Chip oder so abgeknallt Mann wir haben Einsatz Ziel Bravo erobert Mann kann ja nicht sein Gott der ist down da ist noch einer versuch ihn mal zu spotten Loll lol naja egal da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein fernsicht deiner Position Alter wie kann der mich auf dieser Entfernung treffen der ist hier drin der ist hier drin ne er ist über uns ne er ist über uns ne er ist über uns den hab ich nicht gesehen den hab ich nicht gesehen das war klar und ich werde natürlich auch nicht gerätzt den hab ich nicht gesehen oh doch ich werde gerätzt da wo sind die ach die sind über uns ok da mal hoch die ich nicht getroffen hab man kann das sein oder was wo mach ich einmal da oben sauber sonst hat es hier keinen Sinn sonst spawnen die alle hier immer nach was kann jetzt muss da auch noch ein Tank sein ich hatte mich jetzt nicht gesehen ich hatte mich jetzt nicht gesehen oh doch er hat mich gesehen ich nutze mal seine abgelenkt halt aus die läuft hier hoch Aua ah der wird schon von da prämeriert ach der ist gleich kaputt da okay sagt doch immer das hier ist ein Irrenhaus wir sind hier in einem Irrenhaus wir sind hier in einem Irrenhaus und ich werde von irgendwo bis neid aber ich hab keine Ahnung von wo bin nochmal arschig und legt davon ein paar Flächen hin aber ich bin nicht der einzige der das gemacht macht macht so ziemlich jeder das ist das Einsatzziel das ihr verteidigen sollt äh Aua wenn du von dir ist ein freundlicher EMG Schütter es wird bis nie nein Aua wir haben gerade Einsatzziel bravo und euch rasiert da okay und jetzt direkt hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier hier wir sind dabei nicht wahrscheinlich immer noch im Visier darum mach ich gerade hier den Hoppel dann Tanz ja er hat mich noch im Visier die beste Methode um nicht bis neid zu werden aber ich kann da hin m okay ja noch eine den hol ich mir auch mal naja ich hätte ja nicht ewig lang gehen können naja ein teilweise naja Alter wir sind schon wieder bei 19 Minuten und die ich nehme mich nicht mal zur Hälfte vorbei Runde wird eine lange Runde Leute ihr wollt ja bestimmt sehen ob wir die Scheiße hier jetzt noch gewinnen oder nicht ja ok ok hab ich überhaupt nen Boost drin ja ab in den Heli scheiße boah ich bekomme gerade Hunger ok wo will da hin noch da warte mal ein bisschen drauf vielleicht treff ich ja ok den holen wir uns doch die holen wir uns doch der hat sogar das was ich denke im Korb ok voll treffer voll treffer ich hab nicht Kontakt zu dem feinlichen Scharfschützen uuuuuh uuuuuh ok ist hier noch irgendwo jemand ich mach hier hier ist niemand hier ist niemand hier ist niemand hier ist niemand ok wo ich mach alles parkieren was ich hier sehe und festlich deiner Position ist ein feindlicher Panzerjäger im Einsatz zu herum j doch man muss mich so verjagen junge ein ich bleibe nicht auf diese Distanz und nicht mit dem Gewehr bei der BDF der hat mich gefüllt ich dachte die da vorne wo ich drauf geballert habe einmal warum muss ich mir gerade jetzt die warum musste mir da gerade die Munition ausgehen was mit mit der LSAT ok ja ich weiß das ist ein gutes LMG da oben sind die drauf dann hol ich sie mir doch mal also laut Minimap sind sie irgendwo hier oben hoffentlich welches irgendwie nicht runtergeschaut ja der Kerl mal wieder ach scheiße das wollte ich doch gar nicht so 15 1 ich hätte ja von mir aus andersherum sein können auch ja 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 ich glaube man ist okay da kümmert sich schon drum oh schon vorbei ok und doch nicht so lange wie gedacht äh ok vielen dank fürs zuschauen mein Name ist Bahnfan und ich bin jetzt raus los ja 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 ja